Willkommen zu meiner Wolf-Familie. Da habe ich hier Claudine Wolfgut zu mit den ganzen Sachen. Claudine mit dem Bett. Ich habe hier noch so etwas Fernsehartiges hingestellt. Das soll so ein Fernseher darstellen. Und ja, da sieht man jetzt nicht so gut. Und es ist schon sehr spät. Ja, hier ist gerade drück. Der hält ein Geschenk in der Hand. Der Trak-Fahrer, weil das ist, wie es sich zum Handelt. Also, der hält das in der Hand. Und da hat er noch so eine Brille. Dann hat er noch so eine Brille. Und seine Jacke. Und da ist er. Dann natürlich noch die Sachen, die da, wie Claudine dabei war. Gut, cool. Für einen Liedern-Koop. Und ein Topf mit einer Kitzel drin. Und ein Bild von Claudine und auf der anderen Seite. Und alle. Ich habe alle. Aber, ja. Und dann habe ich hier noch kleine Brüste. Ähm. Die Maske habe ich jetzt nicht gefunden. Hier ist klar. Und hier ist noch so eine Küche. Ja, und das ist mein erstes Video. Und, ja. Ich... Ich habe mich über nette Kommentare. Und ich will noch eine kleine Anmerkung machen. Ähm. Ich rede ein bisschen komisch. Ähm. Durch mein Handy. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja. Habe ich noch ein paar andere Sachen. Ja. Dann zeige ich euch mal meine Lieblingspuppe. Noch. Dabei. Passt ja auch noch. Tore Listerab. Mit dem Dings. Ja. Hier habe ich noch mein kleines süßes Tigerkätzchen. Ja, das ist dann Tore Lai. Das ist meine absolute Lieblingspuppe. Und ich liebe sie so. Sie sieht so schön aus. Und, ja. Dann zeige ich euch noch eine Puppe. Und die restlichen Puppen zeige ich euch dann bei meinem nächsten Video. Weil ich da eine Collection mache. Äh. Sozusagen. Ja. Äh. Auch absolute Lieblingspuppe. Äh. Ist Laguna Blue. Der Tyrant. Huch. Auch Maske rutscht hier runter. Finde ich auch so schön. Mit der Wasserstätte steht da hin. Ja. Da das blaue Teil. Da. Das hier. Da wo mein Finger gerade drauf zeigt. Ja. Und ich liebe sie einfach so. Sie hat so ein blaues, blau-weißes T-Shirt an. Mit Wellen drauf und so Blümchen drauf. Und hier unten ist eine blau-weiße Hose mit weiß-blauen Wellen drauf. Hier, das sollen die Hosentaschen sein. Und das sollen die Pantoffeln sein. Mit so grümmigen Gesichtern drauf. Ja. Und sie hat das typische Chilida-Outfit. Und. Ja. Das war's erstmal mit eigentlich meiner Wulff-Familie. Aber ich habe nachher ein paar andere Sachen gezeigt. Und ja, dann noch beim zweiten Video.